Wow, ganz schön weit der Weg hier. Schaffe ich das überhaupt nicht aufzuladen? Ja, ich müsste hier dann durch das Loch und... Da sind auch noch einige Gegner drin. Hm, wenigstens einen Stein muss ich nehmen. Sonst schaffe ich das nicht. Zumindest sehe ich da keine Chance, dass ich das zumindest schaffen könnte. Na toll. Wo waren hier die Gegner? Beiden Seiten, oder? Jetzt habe ich... Genau. Das wusste ich doch. Dass das hier als Falle inszeniert ist. Mieses Gesindel. Ah, wie schön. Ach nee, doch nicht. Er ist noch da. So, markieren. Und Sprung. Warum springt er nicht? Oh, oh. Das sieht schon wieder bescheiden aus. Oh, oh, oh. Der Falsche ist im Fokus. Zack. Habe ich dich. Gut. Das sieht schon wieder verdammt eng aus hier. Na los, hoch da. Nicht bummeln. So, mach mal. Dankeschön. So, und jetzt schauen wir uns das Ganze hier nochmal an. Mal sehen, ob ich in das Loch da reinkomme diesmal. Ja, eigentlich wollte ich ja da so springen, dass ich keinen Schaden nehme. Aber naja. Batsch. Der lebt. Wieso lebt er diesmal noch? Naja. Aber dafür, dass er gelebt hat, war es super. So. Ach ja. Hier der Kandidat. Irgendwie kann ich das auch nicht leiden hier mit dem Typen. So. Ein Schild. Der nix taugt. Ach ja. Mein Lieblings-Axti. So. Versuchen wir es nochmal. Und. Sprung. Pff. Ist doch. Jetzt ist es zu spät für einen Sprung. Und jetzt habe ich die ganzen anderen auf dem Hals. Genau. Super. Wieder mal. Na los komm, wenn du hier hochkommst, dann versuche ich nochmal den Sprung. Und. Ah, diesmal hat es geklappt. Sehr schön. Na los, kommst du hier hoch, dann springe ich dich auch weg. Genau, komm schon, komm schon, komm schon. Und. Sprung. So. War doch gar nicht so schlecht hier. Ja, rutschen wir, rutschen wir. Welcher kommt zuerst, ist die Frage. Beide gleichzeitig wetten. Das ist unschön. Na los, kommt schon. Einer von euch. Einer von euch kommt zu mir, der andere geht in die andere Richtung. Oder er dreht euch beide um, ich renne ran. Machen kreisen Angriff und treffe keinen. Sehr schön. Oder so. Zack. Sehr schön. So, jetzt du da. Ja, das kommt schon. Ah, nicht gut. So ist besser. So, jetzt du da. Und dann muss ich mal gucken, dass ich aufpasse wegen der da oben. Hier, wo es nicht wirklich wichtig ist, da schaffe ich den Sprungangriff. Brillant, brillant. So, hier seid da oben zwei Leute. Er kommt hier irgendwie runter, so wie ich da in das Loch gehe, oder? Ich seh' die Jungs nicht. Wo kommen die her? Können doch nicht einfach. Okay, machen wir's. Oh, ho, ho, ho. Hab euch. Ah, das kommt schon. Ich bin die schon wieder. Aha, geht doch. Ein Lebensstein. Na gut, einer. Hm. Irgendwie war hier eine krasse Action ausgebrochen. Irgendwie ist es laut geworden. Wow, was ist das? Oh. Das sieht aus wie eine Sackgasse. Vorläufig, würde ich fast sagen. Da gehe ich noch nicht weiter. Nee, 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 nee. Aber es ist auch mal interessant hier gewesen, sich mal hier umzusönen. Auf jeden Fall. Ja, das heißt, mir bleibt nichts weiter übrig, als da oben weiter zu gehen. Ist da noch ein Loot? Nein. Habe ich mich getäuscht. Auch gut. Und so wie ich hier drin bin, springt der andere Typ mich wieder an. Der von... Da, genau. Zack. Hätten wir das wieder geklärt, mein Freund. So. Hey, jetzt sollten wir doch das Level ab langsam zusammen haben, oder? Hopp. Trottel. Roll dich. Was? Oh. Schwert in Gefahr, Schwert in Gefahr, Schwert in Gefahr. Muss weg. Das Schwert will ich nicht kaputt haben. Gut, gut, gut. So. Sehr schön. Jetzt hoch mit uns hier. Wir haben viel zu erledigen. Ähm. Ähm. Ja. Oh. Ja. Schwert in Gefahr. Bei mir Trottel auf jeden Fall. So. Ich versuche mal da unten in dem Tunnel diesmal nach oben zu gehen. Hö, hö, hö. Na. Jetzt habe ich den schon in Fokus genommen und trifft immer noch nicht. So. Dankeschön. Hier doch, aber mit dem leichten Reckring ist es auf jeden Fall besser. Ja, das kommt schon. Sehr schön. Ein Messerchen. Naja. Ich will Reckringe und nicht irgend so ein Messerchen. So ein Messerchen. Ähm. Oh, oh. Nicht gut. Irgendwie habe ich hier mit dem Charakter keinen Durchschlag. Das ist mein Dummi irgendwie besser. Keine Ahnung. Na, endlich. Hab ich dich. Sehr schön. Äh. Nimm den Fokus raus da. Kann doch kein Mensch laufen. Voll daneben. Gut. Nicht daneben. Ähm. Ich glaube, ich schaffe das nicht vernünftig da hoch zu kommen. Na komm. Im Idealfall könnte ich ja dann sogar ein bisschen regenerieren, wenn ich so ein Mob-Peer töte. Huich. 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 Sehr gut. Oh, toll. Er hat noch geschafft zu schießen. Ah, so kann ich natürlich nichts regenerieren. Nein. Da komme ich jetzt nicht hoch. Zack. Hier unten stand auch noch einer da. Ach, den lasse ich in Ruhe. Hm, der schießt auf mich. Nicht gut. Nämlich den Estos. Ah, müsste ich wohl. Hopp. Zack. Hä? Äh? Ist irgendwas gerade gestorben? Irgendwo? Hm. Okay. Ist der Typ da unten irgendwie ins Wasser gefallen oder sowas? Hm. Wie viele Steine habe ich? Sieben. Hm. Nehme ich den Flockon. Steine kann man irgendwie sogar besser im Kampf nehmen. Ist der noch da? Ja, der ist noch da. Der war es nicht. Der gerade gestorben ist. Nein. Ah. Dummheit tut wieder mal weh. Immer zurückstellen. So, was haben wir denn hier? Ist was Lebendes? Greift es mich an oder redet es mit mir? Kann ich den Fokus machen? Nö. Hey, du. Ah. Ah. Oh, ich bin sorry. Ich war nur... Daydreamer, I think. Hi, Cale. I'm a traveler, like yourself. I'm navigating the continent to create a map. Why cartography, you ask? Ja, genau. Well, that's a good question. Ja, ich weiß. When I first came into this forsaken land, it was... Yeah. A curse? Uh, something about a curse. Aha. Embarrassing. I seem to have lost my focus. Yeah. But I do know one thing for certain. I have always been very fond of maps. Hmm, hmm. Hmm, hmm. Na, Norfos? I came to this land some time ago. Drangling the lost kingdom. It sounded so romantic. Hmm, 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 hmm. Have you seen Majula? Well, there's a rather spacious mansion there. I've made it my temporary home. Well, as soon as I'm going to die, I'm afraid. I'm afraid. Inside the mansion, I found a strange map, like none I've ever seen. I believe that it's a map of dream. Schlüssel! Schlüssel! Now I'm traveling the land to prove it. Yes. Yes, that's it. That's why I came to the kingdom. Wait. No. Wasn't it? Then what? I don't seem to record. Yeah, so sieht es aus, Junge. Der Schlüssel. You looking for that map? Wonderful. Wow. Then you're fascinated by maps, just like me. Shipping on you. Who should have been here? Here, take it away. I've got to see you in the future. Sehr schön. Jetzt könnte ich dich töten, oder? Nah, ich töte nicht, aber irgendwelche Leute. Wer weiß, wozu die noch gut sind? Gelbes Kraut? Hm. Nee, ich spring mal nicht da runter. Das lass ich mal bleiben. Töten? Na, hast du noch was? Das ist wirklich unglaublich, nicht wahr? Oh. Ich würde nicht tief in die Menschenreise hinein. Ach, nicht? Ich kann mich nicht sicher sein, aber ich habe gehört, dass es etwas über sie fühlt sich falsch fühlt. Nur beginnend. Hm. Na gut. Aber das ist doch schon mal ein Fortschritt. Neues Territorium. Das ist doch schon mal ein Fortschritt. 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 Vielen Dank.